Schaut mal, was wir in Zeefen Tolles erleben können. Die Natur rund um Zeefen bietet uns wundervolle Möglichkeiten für unsere Arbeit mit den Kindern. Die Region Zeefen ist ein beliebter Wohnstandort für Familien und einer der größten Wirtschaftsstandorte zwischen Elbe und Weser. Bei uns in Zeefen gibt es das beste Eis. Die Stadt Zeefen liegt zwischen Hamburg und Bremen und hat mit ihrer Samtgemeinde nahezu 24.000 Einwohner. Unser Stadtpark ist eine Top-Adresse zum Treffen. Ob spielen, spazieren gehen oder einfach schillen. Hier ist alles möglich. In Zeefen ist immer was los. In Zeefen wurde das Siegel kinderfreundliche Kommune verliehen. Das Naturwirt hier in Zeefen hat wirklich für alle etwas zu bieten. Gesunde und glückliche Kinder sind unsere Zukunft. Seien auch Sie ein Teil davon und werden Kinderärztin oder Kinderarzt in Zeefen. Wir unterstützen bei einem möglichen Wohnungswechsel der Mitarbeitersuche oder der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Neugierig geworden? Dann melden Sie doch gerne unter samtgemeinde.atzefen.de. Wir freuen uns auf Sie.